Black Beauty Kindheit Es ist schon lange her, da lebte ein kleines schwarzes Fohlen mit einem weißen Stern auf der Stirn auf einer großen Weide mit einem kleinen Teich darauf. Grüne, schattige Bäume neigten sich darüber, auf dem tiefer gelegenen Teil des Teiches wuchsen Wasserlilien. Da das Fohlen noch kein Gras fressen konnte, ernährte es sich von der Milch seiner Mutter. Tagsüber lief es neben ihr her, nachts schlief es an ihrer Seite. Im Winter waren die Pferde in einem warmen Stall in der Nähe eines Obstgartens untergebracht. Außer ihm standen auf der Weide noch sechs weitere Fohlen, die aber schon ein wenig älter waren. Es machte dem kleinen Hengst großen Spaß, mit ihnen um die Wette zu rennen. Dabei bissen und traten sie sich gelegentlich. Eines Tages, als sie sich gerade wieder einmal neckten, rief seine Mutter ihn zu sich und ermahnte ihn. Er solle sanft und gutmütig sein und keine schlechten Dinge lernen. Seine Arbeit soll er gut machen, die Füße beim Traben hochheben und niemals ausschlagen. Nicht einmal zum Spaß. Die guten Ratschläge seiner Mutter vergaß er sein ganzes Leben lang nicht wieder. Er wusste, sie war ein weises Pferd. Ihr Besitzer hatte sie sehr gern. Die Stute hieß Duchess, aber alle nannten sie einfach Pat. Der Besitzer war zu beiden sehr gut. Sie bekamen ausreichend Futter und einen Stall und er behandelte sie wie seine eigenen Kinder. Die Pferde hatten auch ihn sehr gern. Sah Duchess ihn am Gatter stehen, nickte sie mit dem Kopf und rannte auf ihn zu. Er klopfte ihr auf den Hals und streichelte sie. Das Fell des kleinen Hengstfohlens war tief schwarz. Deshalb wurde es Blacky genannt. Er und seine Mutter Duchess waren die Lieblingspferde der Familie. An Markttagen zogen sie ihren Herrn mit einem kleinen Wagen in die Stadt. Ein Junge, der in den Ställen arbeitete, kam manchmal zu den Pferden auf die Weide, um Obst zu pflücken. Wenn er satt war, fing er an, die Fohlen mit Stöcken und Steinen zu bewerfen. Er hatte offenbar Freude an seinem grausamen Spiel und oft traf Einstein. Das tat den Fohlen nämlich sehr weh. Eines Tages, als er gerade wieder einmal sein Unwesen trieb, hatte er nicht bemerkt, dass der Herr ihn dabei beobachtete. Er wollte ihn auf frischer Tat ertappen, packte ihn beim Arm und gab ihm eine schallende Ohrfeuge. Dick, so hieß der Junge, schrie vor Schmerz und Verwunderung laut auf. Neugierig kamen die Pferde näher. »Du böser Lümmel!« schimpfte der Herr. »Dies war das letzte Mal! Hier, nimm deinen Lohn und verschwinde von hier! Ich will dich nie wieder bei uns sehen!« Von nun an kümmerte sich der alte Daniel um die Stelle. Darüber freuten sich die Pferde, denn er war genauso nett zu ihnen wie der Herr. Die Leerzeit Blackie erreichte bald eine stattliche Größe. Sein Fell war seidig weich, glänzend und tief schwarz. Ein Huf war weißer, außerdem hatte er einen schönen weißen Stern auf der Stirn. Jeder, der ihn sah, war begeistert von seiner Erscheinung. Aber sein Besitzer wollte ihn nicht verkaufen. Bevor er nicht das vierte Lebensjahr erreicht hatte, war er der Meinung, dass das Pferd zu jung sei, um hart zu arbeiten. Doch als Blackie dann vier Jahre alt geworden war, kam der Gutsbesitzer Mr. Gordon, um ihn zu begutachten. Er untersuchte seine Augen, den Schweif, die Beine. Er musste gehen, traben und galoppieren. Mr. Gordon schien Gefallen an ihm zu finden und er sagte, »Sobald er gut zugeritten ist, wird er genau der Richtige für mich sein.« Blackies Besitzer hatte die Absicht, das Zureiten selbst in die Hand zu nehmen, denn er wollte nicht, dass sein Hengst dabei verletzt oder eingeschüchtert wurde. Am nächsten Tag ging es los. Zahlreiche Dinge sollte Blackie in der nächsten Zeit lernen. Dazu gehörte, Sattel und Zaumzeug zu tragen, einen Reiter auf seinem Rücken zu dulden und er sollte sich daran gewöhnen, eine Kutsche zu ziehen, schnell oder langsam zu gehen und den Befehlen des Kutschers zu gehorchen. Es war verboten, mit anderen Pferden zu sprechen, ganz zu schweigen vom Beißen und Ausschlagen. Auf keinen Fall durfte man vor Freude springen oder sich zum Ausruhen niederlegen, wenn man eingezäumt war. Blackie war schon länger an ein Halfter gewöhnt, aber nun sollte er richtiges Zaumzeug erhalten. Sein Besitzer ergab ihm, wie gewohnt, ein wenig Hafer. Und nachdem Blackie sich eine ganze Weile lang dagegen gesträubt hatte, gelang es ihm schließlich, das Bissstück in sein Maul zu bringen und die Trense an ihren Platz. Es war ein schreckliches Ding. Man kann sich kaum vorstellen, wie schmerzhaft es ist, wenn einem ein fingerdickes Eisenstück zwischen die Zähne und über die Zunge geschoben wird. Die Enden stehen seitlich aus dem Maul heraus und werden von Riemen gehalten, die am Kopf befestigt werden. Der arme Blackie hatte keine Möglichkeit, das Zeug wieder loszuwerden. Dennoch, er wusste ja, dass seine Mutter, genau wie alle anderen erwachsenen Pferde, ebenfalls so ein Ding trug, wenn sie ausritt. Also gewöhnte er sich, mit Hilfe vieler aufmunternder Worte und einer Menge Hafer, sehr bald daran. Einen Sattel zu tragen war dagegen gar nicht so schlimm. Während der alte Daniel seinen Kopf hielt, sattelte ihn sein Besitzer ganz behutsam und redete dabei sanft auf ihn ein. Zu Belohnung bekam er dann immer wieder Hafer. Nicht lange und Blackie freute sich sogar auf Satteln. Eines Morgens stieg der Besitzer dann endlich auf und ritt mit Blackie durchs weiche Gras über die Weide. Es fühlte sich zwar etwas ungewohnt an, aber Blackie war sehr stolz darauf, seinen Herrn tragen zu können. Als nächstes sollte er beschlagen werden, was ziemlich unangenehm war. Der Herr begleitete ihn zum Hufschmied. Dieser schnitt von allen vier Hufen ein Stück ab. Das tat nicht weh und so stand Blackie brav auf jeweils drei Beinen, bis der Hufschmied fertig war. Dann nahm der Schmied die Hufeisen, passte sie an und befestigte sie mit Nägeln an Blackies Hufen. Seine Füße fühlten sich zuerst steif und schwer an, aber nach einer Weile hatte er sich damit abgefunden. Bald sollte er sich auch an das Tragen eines Zuggeschirrs gewöhnen. Dabei trug er einen steifen Kragen um den Hals und Scheuklappen an den Augen, sodass er nur gerade aussehen konnte. Beim Anlegen des Schwanzriemens jedoch hätte Blackie am liebsten ausgeschlagen, denn das Festbinden seines Schweifes war ihm zuwider. Aber er liebte seinen Herrn zu sehr, als dass er so etwas tatsächlich getan hätte. Und noch eine Prüfung stand ihm bevor. Sein Besitzer ließ ihn zwei Wochen lang auf einer Weide ganz dicht neben den Eisenbahnschienen laufen. Als er zum ersten Mal in seinem Leben einen Zug herannahen sah, erschrak er fürchterlich und rannte davon, so schnell er nur konnte. Aber auch an den Anblick gewöhnte er sich schnell. Er hatte seitdem oft beobachtet, wie Pferde ihre Reiter abwarfen, sobald sie einen Zug sahen. Blackie dagegen fühlte sich auf Bahnhöfen bald fast genauso sicher wie in seinem Stall. Von nun an spannte der Herr oft Blackie und seine Mutter für eine Ausfahrt ein. Duchess war ein sehr zuverlässiges und sicheres Pferd und so konnte ihr Sohn eine Menge von ihr lernen. Sie war es auch, die ihn vor bösen und gemeinen Menschen warte und davor, dass ein Pferd keinen Einfluss darauf hätte, in wessen Hände es verkauft werden würde. Jetzt machte Blackie sich doch des öfteren Gedanken über seinen künftigen Besitzer. Birdwick Park Anfang Mai wurde Blackie schließlich an den Gutsbesitzer Gordon verkauft, der auf Birdwick Park lebte. Er war sehr traurig darüber, sein bisheriges Zuhause verlassen zu müssen, aber sein alter Besitzer tätschelte ihn zum Abschied sanft und sagte, »Lebt wohl, Blackie!« Birdwick Park war ein großes Gut. Der Stall, in dem der junge Hengst untergebracht wurde, hatte vier Boxen und ein großes Fenster, das zum Hof hin geöffnet werden konnte. Er war nie angebunden und konnte sich deshalb frei im Stall bewegen. Die Box war sauber und luftig. In der Box nebenan stand ein graues Pony mit buschiger Mähne, langem Schweif und einem schönen Kopf. Blackie beugte sich zu ihm hinüber und fragte es nach seinem Namen. Das kleine Pony wandte ihm den Kopf zu und sagte, »Ich heiße Marylax.« »Ich bin ein gutes Pony. Lasse junge Frauen auf mir reiten und manchmal ziehe ich den Wagen meiner Herren. Alle haben mich gern. Und du? Wirst du bei uns bleiben?« »Ja«, antwortete Blackie. »Na, dann hoffe ich nur, dass du friedfertig bist und nicht beißt«, sagte Marylax. Aus einer anderen Box sah plötzlich noch ein Pferd zu ihnen hinüber. Es war eine kastanienbraune Stute, die ihre Ohren angelegt hatte und grimmig dreinschaute. Auf Blackies Fragen antwortete sie nicht. Am Nachmittag, als sie fort war, erzählte Marylax ihm einige Einzelheiten über »Ginger«, so hieß die unfreundliche Stute. Sie hätte bei den anderen Pferden einen schlechten Ruf, weil sie nach allen schnappen würde. Der Grund dafür sei, dass sie von ihrem früheren Besitzer sehr schlecht behandelt worden war, ihre schlechten Erfahrungen seien Schuld an ihrem bösartigen Benehmen. Seit dem Tag, an dem sie nach Birtweg Park gekommen sei, hätte sich ihr Verhalten allerdings schon ein wenig gebessert. Blackie fühlte sich sehr wohl in seinem Neunster Hause, aber eines vermisste er, das freie Herumlaufen auf einer grünen Weide. Über vier Jahre lang hatte er alle erdenklichen Freiheiten genossen, doch jetzt verbrachte er Tage und Wochen nur im Stall. Es sei denn, man brauchte ihn gelegentlich als Zug oder Reitpferd. Und dann musste er stillstehen, Zaumzeug und Scheuklappen tragen, was ihm nicht sehr gefiel. Blackie hatte jedoch genug erfahren, um zu wissen, dass ein Pferdeleben so auszusehen hatte. Dennoch, einem jungen, starken Pferd, wie er eines war, fiel es nicht leicht, sich ans bloße im Stallstehen zu gewöhnen. Zu Zeiten, in denen er noch weniger Auslauf bekam als sonst, fühlte er, wie seine Kräfte derart überschäumten, dass es ihm schwer fiel, ruhig stehen zu bleiben, wenn er ausgeführt werden sollte. Glücklicherweise gab es den Stallknecht John, der seine Qualen zu verstehen schien. Sobald sie einmal aus dem Dorf heraus waren, ließ er Blackie oft einige Meilen weit frei herumlaufen. Vom Herrn wurden die Pferde nur an Sonntagen manchmal für ein paar Stunden auf die Weide gelassen. War das herrlich! Das Gras war kühl und weich. Es tat ihnen gut, einmal so zu galoppieren und zu rennen, wie es ihnen gerade einfiel. Eines Tages standen Ginger und Blackie unter schattigen Bäumen auf der Weide und sie hatten endlich einmal die Gelegenheit, sich ein wenig zu unterhalten. Sie erzählten sich gegenseitig ihre Lebensgeschichten. Schon als sehr kleines Fohlen war Ginger von ihrer Mutter getrennt worden und mit anderen Fohlen zusammengepfercht. Es gab niemanden, der sich je um sie gekümmert hätte. Auf ihrer damaligen Weide wurden sie und die anderen Fohlen oft von bösen Jungen mit Steinen beworfen. Ginger hatte dabei zwar nie Verletzungen erlitten, aber eines der anderen Fohlen wurde einmal mitten ins Gesicht getroffen und für den Rest seines Lebens verunstaltet. Als die Zeit gekommen war, da Ginger zugeritten werden sollte, wurde sie von rauen Männern gepackt. Man zwang sie dazu, sich Zaumzeug anlegen zu lassen. Als sie sich gegen diese Behandlung wehren wollte, trat man sie in die Seite. Danach sperrte man die junge Stute in einen kleinen dunklen Stahl. Der Sohn ihres damaligen Besetzers war ein elender Trunkenbold, der ihre muntere Seele brechen wollte. Wenn sie nicht tat, was er verlangte, hetzte er sie so lange übers Feld, bis sie vor Erschöpfung kaum noch aufrecht stehen konnte. Eines Tages hatte er sie so übel zugerichtet, dass sie sich einfach hinlegte, müde und entkräftet. Aber schon am nächsten Morgen scheuchte der Quälgeist sie wieder hinaus und ließ sie lange arbeiten, ohne ihr eine einzige Ruhepause zu gönnen. Wenn sie anfing zu lahmen, schlug er mit Getreidebündeln auf sie ein. Das war des Bösen zu viel. Ginger schlug wie wild aus und scheute. Endlich, nach fürchterlichem Kampf, gelang es ihr, die brutalen Männer abzuschütteln. Ohne sich auch nur einmal umzublicken, galoppierte sie übers Feld davon. Lange blieb sie fort. Doch dann verbrauchten Hunger, Durst und die Fliegen, die sie in der heißen Nachmittagssonne quälten, ihre letzten Kräfte. Endlich, bei Einbruch der Dunkelheit, kam ein netter alter Mann hinaus aufs Feld und gab ihr etwas Hafer und Wasser. Er sprach ihr freundlich zu und schließlich erlaubte sie ihm, sie in den Stall zurückzubringen. Er wusch ihre Wunden mit warmem Wasser aus, striegelte sie und blieb bei ihr, während sie ruhte. Bei der nächsten Gelegenheit, da Ginger und Blackie sich trafen, berichtete sie von ihrem zweiten Zuhause. Nachdem es gelungen war, sie doch noch zuzureiten, wurde sie an einen anderen Herrn aus der Stadt verkauft. Weil es dort gerade Mode war, wurden ihre Zügel so straff angezogen, dass sie manchmal stundenlang unfähig war, ihren Kopf zu bewegen. Bisweilen geschah, dass sie lange auf ihren Herrn warten musste. Wenn sie dann den Kopf beugen wollte oder unruhig wurde, schlug er sie. Sie verlor beinahe den Verstand. Alles, was sie erhielt, wenn ihr Elend zumute war, waren harte Worte und Peitschenhiebe. Man quälte sie ständig. Und so war es nicht verwunderlich, dass sie beim Satteln oder Aufzäumen Biss und Ausschlug. Schon bald hatte Ginger dieses elende Leben satt. Eines Tages gelang es ihr, das Taumzeug abzuschütteln und davonzulaufen. Sie hatte in der Folgezeit noch zahlreiche verschiedene Besitzer. Die Leute aber hatten Angst vor ihrem ungestümen Wesen. Daher blieb sie nirgendwo lange. Gingers letzter Herr war ganz besonders grausam. Er stach mit einer Mistgabel auf sie ein, wenn sie ihm nicht gehorchte. Einmal biss sie ihn in den Arm, als er sie mit der Reitpeitsche schlagen wollte. Indem sie lernte, sich auf diese furchtbare Art zu wehren, blieb Ginger wenigstens eine Möglichkeit, mit rücksichtslosen und brutalen Menschen fertig zu werden. Nachdem Ginger ihre Leidensgeschichte beendet hatte, gab sie aber zu, dass sie sich seit ihrem Aufenthalt in Birdwick Park doch schon etwas zum Guten geändert hatte. Denn die Stallburschen waren besonders aufmerksam und freundlich mit ihr umgegangen. Im Laufe der kommenden Wochen sollte auch Blackie erfahren, dass sie immer zutraulicher und fröhlicher wurde. Mr. Bloomfield, der Dorfpfarrer, hatte eine große Familie mit vielen Kindern. Immer wenn er zu Besuch nach Birdwick Park kam, wollten seine Kinder auf Mary Legs reiten. Eines Nachmittags, Mary Legs war gerade von einem langen Ausritt mit ihnen zurückgekehrt, führte James ihn in den Stall und schimpfte mit ihm. Mein liebes Pony, das nächste Mal benimmst du dich anständig, sonst bekommst du eine Menge Ärger. Was hast du denn angestellt, Mary Legs? fragte Blackie ihn betroffen. Ach, sprach der und nickte mit dem Kopf, ich habe diesen Kindern eine Lektion erteilt. Sie wissen nicht, wann es genug ist und ich müde bin. Also habe ich sie einfach abgeworfen. Nur das verstehen sie. Blackie war überrascht, dass der brave Mary Legs zu so etwas imstande sein konnte. Aber dann erklärte das Pony ihm, es sei normalerweise sehr vorsichtig im Umgang mit Kindern, insbesondere mit den Mädchen. Wenn sie ängstlich oder unsicher waren, bemühte er sich, so sanft wie eine Katze zu gehen. Merkte er aber, sie gewöhnten sich an das Reiten, so legte er ein wenig Tempo zu. Dieses Mal jedoch, nachdem er schon über zwei Stunden mit ihnen ausgeritten war, konnten die Jungs kein Ende finden. Sie hatten sich Gärten aus Haselnusssträuchern geschnitten und schlugen wohl etwas zu hart auf Mary Legs ein. Ein paar Mal hatte er einfach angehalten, um ihnen zu zeigen, dass er müde sei, doch die Burschen behandelten ihn wie eine Maschine, über die sie bestimmen wollten. Mary Legs wehrte sich nun, indem er die Hinterläufe hochwarf und der Junge hinunterfiel. Nachdem er zu Ende erzählt hatte, sah er Blackie an und fügte noch hinzu, ich würde nie mit Absicht schlagen oder ungehorsam sein. Denn wenn ich das täte, würden sie mich sofort verkaufen. Ich fände mich vermutlich beim Pferdeschlachter oder in einem Kurort am Meer wieder. Dort würde man nur herausfinden wollen, wie schnell ich reiten kann. Ansonsten würde sich keiner mehr um mich kümmern. Nein, ich werde mich zusammenreißen, damit es dazu nie kommt. Die Unterhaltung im Obstgarten An einem warmen Nachmittag wurden alle Pferde auf die Weide beim Obstgarten hinausgelassen. Sie grasten und unterhielten sich unter den schattigsten Bäumen. Blackie stand in der Nähe von Sir Oliver, einem stattlichen alten Hengst. Schon des Öfteren hat er sich gefragt, weshalb Sir Olivers Schweif so kurz war. Er maß wirklich nur etwa zehn Zentimeter, bis auf eine längere Strähne, die heraushäng. Er nahm die Gelegenheit wahr und fragte ihn danach. »Es geschah nicht durch einen Unfall«, schnaubte Sir Oliver, »denn der Schweif wurde mir absichtlich abgeschnitten, eine grausame und entwürdigende Tat. Als ich noch ein Fohlen war, brachte man mich an einen Ort, an dem diese schrecklichen Dinge passierten. Ich wurde festgebunden, sodass ich mich nicht mehr rühren konnte. Dann kamen Männer und schnitten mir meinen wunderschönen langen Schweif ab. Sie durchtrennten sogar die Haut und den Knochen.« »Wie entsetzlich«, rief Blackie erschrocken. »Es war in der Tat grauenvoll«, fuhr Sir Oliver fort. »Es waren nicht nur die unerträglichen Schmerzen. Es war eine beispiellose Erniedrigung, auf diese Weise seinen schönen Schweif zu verlieren. Ich brauchte ihn doch noch, vor allem dazu die Fliegen zu verscheuchen. Man glaubt nicht, wie quälend es ist, von Bremsen zerstochen zu werden, ohne eine Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen.« »Ein lebenslanger Verlust ist es für mich gewesen, und ein gnadenloses Unrecht. Aber glücklicherweise werden diese Dinge heute nicht mehr gemacht.« »Warum hat man das denn überhaupt getan?«, wollte Ginger wissen. »Es war modern«, erklärte der alte Hengst und stampfte mit den Vorderhofen auf. »Irgendjemand hatte wohl gemeint, Pferde ohne Schweif sähen gut aus. Doch wenn Gott es so gewollt hätte, wären wir da nicht schon ganz ohne Schwanz auf die Welt gekommen?« Die ganze Mode ist eine der bösartigsten Ideen, die Menschen je erfunden haben. Man beachte nur, welches Leid sie Hunden zufügen. Sie schneiden ihnen die Schwänze und Ohren ab, nur weil sie der Ansicht sind, die Tiere sehen dadurch niedlicher aus. »Einmal hatte ich eine gute Freundin, eine braune Terrierhündin. Sie schlief bei mir im Stall, weil wir uns sehr gern hatten. Eines Tages brachte sie fünf hübsche Welpen zur Welt, die sie über alles liebte. Die Kleinen waren erst wenige Wochen alt, als auf einmal ein Mann hereinkam und ihr die Junge wegnahm. Am Abend brachte er sie zurück. Aber es waren nicht mehr die kleinen glücklichen Hundebabys, die ich kannte. Man hatte ihnen allen ein Stück vom Schwanz abgeschnitten. Das gleiche war mit den Ohren geschehen. »Sky«, sie hieß meine Hundefreundin, »war außer sich und leckte ihre Wunden.« »Ich werde diesen Anblick nie vergessen.« Die Wunden der Kleinen heilten zwar mit der Zeit und die Schmerzen ließen allmählich nach, aber die hübschen weichen Ohrlappen, die den empfindlichen Teil ihrer Ohren gegen Staub und Ungeziefer schützen sollten, waren für immer verloren. Sir Oliver war wirklich ein netter alter Kerl, aber diese Art der Misshandlungen von Tieren machte ihn sehr zornig. Auch Blackie spürte eine große Wut in sich aufsteigen. Nie zuvor hatte er den Menschen gegenüber Hass empfunden, doch alles, was er gerade gehört hatte, ließ ihn fragen, warum es unter ihnen wohl so viel Grausamkeit gäbe. Ginger hatte ebenfalls Sir Olivers Geschichte gelauscht. Sie schüttelte sich und blähte ihre Nüstern. Leider hatte sie ja schon öfter am eigenen Leib erfahren müssen, dass es viele brutale Menschen gab. Die Pferde waren sich einig, dass es unter den Menschen wirklich zahlreiche Dummköpfe gab. »Wer redet hier über Dummköpfe?« fragte Merilax, der in diesem Moment von den Apfelbäumen zu ihnen herübergekommen war. »Dummkopf ist ein böses Wort. Böse Worte sind für böse Dinge da«, erwiderte Ginger und erzählte Merilax von Sir Olivers grauenhaften Erfahrungen. Merilax mußte zugeben, dass er diese Art von Vorfällen schon mit eigenen Augen gesehen hatte. Dennoch wüssten sie doch, dass sowohl Mr. Gordon, ihr Besitzer, als auch John und James die Stahlburschen immer gut zu ihren Pferden gewesen seien. Sie sollten dankbar dafür sein. Diese weisen Worte kühlten die aufgebrachten Gemüter der Pferde ein wenig ab. Auch Sir Oliver mochte seinen Herrn gern und führte ein zufriedenes Leben in Birdwick Park. Also brachen die vier ihre Unterhaltung an dieser Stelle ab und gewannen ihre gute Laune zurück. Indem sie von den süßen Äpfeln fraßen, die im Gras herumlagen, waren sie alle wieder ein wenig glücklicher. Ein stürmischer Tag. Nach einiger Zeit beschloss Blackys Besitzer, ihm einen vernünftigen Namen zu geben. Er betrachtete ihn eingehend und streichelte seinen Kopf. Dann rief er John und James zu sich und fragte sie, was sie von dem Namen Black Beauty halten würden. Ein wunderschöner Name, er passt gut zu ihm, meinte John. Blacky, der von nun an Black Beauty hieß, war stolz auf seinen neuen Namen und fühlte sich richtig erwachsen. Welch ein schöner Name und dazu noch so ein herrliches Zuhause. Nicht lange danach musste der Herr eine Geschäftsreise in die Stadt unternehmen. Black Beauty sollte ihn und John in der kleinen Kutsche ziehen. Er mochte diesen Wagen sehr gern, denn er war ziemlich leicht und seine großen Räder liefen schön gleichmäßig. Es stürmte und regnete an diesem Tag sehr heftig, sie kamen trotzdem gut voran. Als die Kutsche die Holzbrücke, die über den Fluss führte, erreicht hatte, sagte der Brückenwächter zu ihnen, dass das Wasser ständig höher steigen würde. Er befürchte eine unruhige Nacht. Zahlreiche Wiesen waren bereits überschwemmt und auf dem tiefer gelegenen Teil des Weges stand das Wasser Black Beauty schon bis zu den Knien. Die Geschäfte seines Besitzers dauerten eine ganze Weile, so dass sie sich erst am späten Nachmittag auf den Heimweg machen konnten. Der Sturm hatte noch an Stärke zugenommen, Baumäste wirbelten umher und der Wind heulte unheimlich. Ich wünschte, wir hätten den Wald schon hinter uns, rief Mr. Gordon. Ja, sagte John, es wäre schrecklich, wenn wir von einem dieser herumfliegenden Äste getroffen würden. Kaum hatte er dies gesagt, als sie ein Ächzen, Knacken und das Splittern von Holz hörten. Eine entwurzelte Eiche war direkt vor ihnen quer über den Weg gefallen. Black Beauty bekam Angst, scheute und blieb stehen. Doch er machte keinerlei Anstalten, davon zu rennen. Das war knapp, sagte Mr. Gordon. Was sollen wir jetzt tun? John schlug vor, zurück zur holzernen Brücke zu fahren, denn er sah keine Möglichkeit, das Hindernis zu umgehen. Also kehrten sie um. Als sie die Brücke erreicht hatten, war es schon fast dunkel. Man konnte gerade noch erkennen, dass das Wasser inzwischen bis zur Mitte der Holzbrücke gestiegen war. Mr. Gordon wusste, dies war nicht ungewöhnlich und fuhr weiter. Sobald Black Beauty aber mit dem Vorderhufe auf die Brücke getreten war, spürte er, dass irgendetwas nicht stimmte. Er hielt an und weigerte sich weiterzugehen. Los weiter, Beauty, rief sein Herr und versetzte ihm einen Peitschenhieb. Aber Black Beauty rührte sich nicht vom Fleck. Das stimmt etwas nicht, sagte John, sprang vom Wagen und ging auf Black Beauty zu. Er versuchte, ihn vorwärts zu ziehen. Komm, was ist denn los? schrie er. Natürlich konnte Black Beauty ihm seine Zweifel nicht mitteilen, aber er wusste, die Brücke war nicht mehr sicher. In diesem Augenblick rannte der Brückenwächter eine Laterne in der Hand schwenkend auf sie zu und befahl ihnen, keinen Schritt weiterzugehen. Die Brücke ist in der Mitte durchgebrochen und weggespült worden. Wenn ihr weiterfahrt, landet ihr im Fluss, rief er. Vielen Dank, Beauty, sagte John, nahm Black Beauty bei den Zügeln und drehte ihn um. Es war jetzt stockfinster. Der Sturm schien etwas abgeflaut zu haben. Black Beauty trabte still vor sich hin. Die Räder der Kutsche machten auf dem aufgeweichten Weg kaum Geräusche. Mr. Gordon unterhielt sich leise mit John darüber, dass sie beide ihrem Pferd ihr Leben zu verdanken hätten, indem es sich geweigert hatte, die Brücke zu überqueren. Und dann erzählten sie Geschichten darüber, wie Pferde oder Hunde das Leben ihrer Besitzer gerettet hatten. Sie waren sich einig, dass viele Menschen den Wert ihrer Tiere überhaupt nicht zu schätzen wussten. Spät in der Nacht erreichten sie die Tore von Birdwick Park. Der Gärtner hatte schon Ausschau nach ihnen gehalten, weil die Herren sich große Sorgen um sie machte. In der Eingangshalle brannte noch Licht und Mrs. Gordon kam herausgerannt. Ist euch auch nichts passiert? Ich hatte solche Angst. Ihr hattet doch hoffentlich keinen Unfall. Der Herr beruhigte seine Frau. Es sei alles in Ordnung. Aber er berichtete auch, dass sie wohl in den reißenden Fluten des Flusses umgekommen wären, wenn Black Beauty ihn nicht so eine Spürnase gehabt hätte. John brachte Black Beauty in den Stall, fütterte ihn gut und bereitete ihm ein weiches Lager aus Stroh. Black Beauty war wirklich froh, wieder daheim zu sein. Das war eine lange und anstrengende Nacht gewesen. Völlig erschöpft, schlief er sofort ein. James Howard An einem Morgen im Dezember, nachdem John Black Beauty in den Stall gebracht hatte, kam Mr. Gordon herein. Er sah ernst aus und hielt einen Brief in der Hand. Guten Morgen, John, sagte er. Ich möchte wissen, wie du über die Arbeit von James denkst. John erklärte ihm, James sei ein guter Mitarbeiter, gerecht und sanft im Umgang mit den Pferden. Es gäbe keinen Anlass zur Klage. Mr. Gordon lächelte zu James herüber, der an der Tür stand. Ich habe John deshalb nach dir gefragt, weil es um deine Zukunft geht, mein Junge. Hier ist ein Brief von meinem Schwager. Ich soll ihm einen zuverlässigen Stallburschen besorgen, der seine Arbeit gut macht. Mein Schwager ist ein netter Mann und falls du diese Arbeit übernehmen willst, wäre das genau das Richtige für dich. Zwar gebe ich dich nur ungern her, da ich weiß, welche eine gute Hilfe du hier für John bist, aber dies ist eine hervorragende Chance für dich und ich möchte dir dabei nicht im Weg stehen. Also, überleg es dir und sprich mit deiner Familie darüber. Ein paar Tage später war es beschlossene Sache, dass James Howard Birdwick Park verlassen würde. In der ihm verbleibenden Zeit sollte er noch so viel wie möglich über das Wagenlenken beigebracht bekommen. Ginger und Black Beauty wurden angespannt und James lenkte den Wagen. Sie fuhren oft in die Stadt und die beiden freuten sich über die vielen neuen Pferde und Wagen, die sie dort kennenlernten, den Geruch von Tabak, der aus den Läden strömte in den Nüstern. In dieser Zeit konnte James seine Fähigkeiten verbessern, während Ginger und Beauty sich königlich amüsierten. Das Feuer An einem sonnigen Nachmittag beschlossen die Herrschaften, Freunde zu besuchen, die ungefähr 45 Meilen entfernt wohnten. Am ersten Tag lenkte James die Kutsche mit Ginger und Black Beauty davor, 30 Meilen weit über eine hügelige Strecke. Er führte sie somit bedacht, dass die Pferde gar nicht erschöpft waren. Er vergaß dabei niemals, die Bremse zu ziehen, wenn es bergab ging und sie zu lösen, sobald es nötig wurde. Unterwegs legten sie einige Pausen ein und bei Sonnenuntergang erreichten sie die Stadt, in der man die Nacht verbringen wollte. An einem großen Gasthaus am Marktplatz hielten sie an. Ein Durchgang führte auf den Hof, an dessen Ende die Pferdestelle und die Unterstände für die Kutschen gelegen waren. Zwei Männer nahmen die Pferde in Empfang. Der eine tätschelte Black Beauty und führte ihn in den Stall. Später hörte Beauty noch, wie ein weiteres Pferd in eine Nachbarbox gebracht wurde. Beim Putzen unterhielt sich ein junger Mann, der Pfeife rauchte, mit den Stallburschen. Einer von ihnen bat den jungen Mann, doch die Pfeife auszumachen und etwas Heu in die Raufe zu füllen. Dann wurde die Stalltür geschlossen und es kehrte Ruhe ein. Beauty wusste nicht so genau, wie lange er geruht hatte oder wie spät es war, aber als er plötzlich aufwachte, fühlte er sich sehr unbehaglich. Die Luft war zum Zerschneiden, sodass er Mühe hatte zu atmen. Er hörte Ginger nebenan Husten, andere Pferde bewegten sich unruhig in ihren Boxen. Es war stockfinster und Beauty konnte nicht sehen. Der Stall schien voller Rauch zu sein, die Falltür stand offen und man hörte dahinter leises Knistern und Prasseln. Black Beauty fing vor Angst an zu zittern. Die anderen Pferde zogen an ihren Leinen und stapften aufgeregt auf den Stallboden. Endlich hörte er jemanden kommen. Der Stallbursche, der am Abend das letzte Pferd hereingeführt hatte, stürmte mit einer Laterne in der Hand in den Stall. Er band die Pferde los und versuchte, sie ins Freie zu treiben. Dabei war er selber so nervös und ängstlich, dass sogar der besonnene Black Beauty immer unruhiger wurde. Das erste Pferd wollte nicht mit hinausgehen. Er versuchte es bei den anderen aber vergeblich. Auch Beauty hatte kein Vertrauen zu ihm und weigerte sich ebenfalls, sich von ihm hinausführen zu lassen. Schließlich musste der Stallbursche aufgeben. Vielleicht war es dumm von den Pferden, nicht so schnell wie möglich den Stall zu verlassen, doch sie wussten ja nicht, was geschah und hatten niemanden, dem sie vertrauen konnten. Durch die geöffnete Stalltür drang jetzt frische Luft ein und erleichtete ihnen ein wenig das Atmen, doch das Prasseln über ihren Köpfen wurde lauter und durch die Bretterwand sah man ein rötliches Flackern. Draußen schrie jemand, Feuer! Und plötzlich hörte Black Beauty die Stimme von James, der ruhig und bedächtig zu den Pferden sagte, Kommt, meine Schönen, wir müssen hier raus. Wacht auf und dann nichts wie weg hier. Black Beauty stand am nächsten zur Tür. Und so kam James zuerst zu ihm, strich ihm über die Nüstern und sagte, Komm, Beauty, wir sind gleich draußen, los. Und er führte ihn hinaus aus dem brinnenden Stall. Nachdem die Gefahr vorüber war und Black Beauty sicher im Hof stand, gab jemand auf die befreiten Pferde acht, während James noch einmal hineingehen mußte, um Ginger zu holen. Beauty wierter laut, als er sah, dass James sich nochmals in Gefahr begeben wollte. Später erklärte Ginger ihrem Freund, er hätte genau das Richtige getan. Denn erst, als sie sein Wiern gehört habe, hätte sie den Mut gefunden, ebenfalls den Stall zu verlassen. Im Hof herrschte ein großes Durcheinander. Auch aus anderen Stellen wurden noch Pferde befreit und zahlreiche Männer liefen schreiend umher. Black Beauty mußte die ganze Zeit auf die Stalltür schauen, aus der dicker Rauchquoll. »James, bist du da drinnen?«, hörte er plötzlich seinen Herrn rufen. Doch keine Antwort. Nur das Krachen eines herabfallenden Balkens. Als nächstes sah Black Beauty, wie James durch den beißenden Rauchen durch Ginger ins Freie führte. Sie hustete heftig und James konnte kaum sprechen. »Mein tapferer Junge!«, sagte Mr. Gordon zu ihm und klopfte ihm auf die Schulter. »Alles in Ordnung?«, James nickte nur mit dem Kopf, denn er konnte immer noch nichts sagen. Noch in derselben Nacht verließen sie die Stadt. Sie waren nach wie vor sehr aufgeregt. James berichtete, dass das Dach und der Heuboden des Stalls zusammengebrochen wären. Alle Pferde, die nicht befreit werden konnten, hätten elendig sterben müssen. James verlässt Birdwick Park. Die Weiterfahrt verlief dann ohne weitere Zwischenfälle. Bei Sonnenaufgang erreichten sie ihr Ziel. Und die Pferde wurden in einen sauberen, behaglichen Stall geführt. Ein netter Kutscher lobte James, nachdem er von den Ereignissen der letzten Nacht erfahren hatte. »Die Pferde wüssten ziemlich genau, wem sie vertrauen können. Es gehört zu den schwierigsten Aufgaben, Pferde aus einem brennenden oder unter Wasser stehenden Stall zu befreien,«, sagte er. Drei Tage lang blieben sie an diesem Ort, bevor sie nach Hause zurückkehrten. Die Rückreise verlief ruhig, und die beiden Pferde waren froh, wieder in ihren heimatlichen Stall zu kommen. John war überglücklich, alle gesund und munter wiederzusehen. Bevor sie am Abend den Stall verließen, sprachen John und James über einen Jungen, der »Joe Green« hieß. Er sollte James Platz annehmen, der Birdwick Park bald verlassen würde, obwohl dieser »Joe Green« erst 14 Jahre alt war, beschrieben die beiden Männer ihn als intelligent und lernwillig. Am Tag darauf bekamen die Pferde »Joe« das erste Mal zu Gesicht. Er sollte im Stall arbeiten, um so viel wie möglich von James zu lernen, bevor dieser ging. Joe musste die Boxen säubern und Stroh und Heu hineinbringen. Zu klein, um »Ginger« oder »Black Beauty« satteln zu können, brachte James es ihm an »Mary Legs« bei, »Mary Legs« gefiel das überhaupt nicht, und er beschwerte sich bei seinen Stallgefährten. Aber am Ende der zweiten Woche mußte er zugeben, dass »Joe Green« sich ganz geschickt dabei anstellte. Dann war der Tag gekommen, an dem James Lebewohl sagen mußte. Er sah ziemlich unglücklich aus, obwohl er versuchte, es zu verbergen. Die Pferde waren dabei, als er zu John sagte, wie sehr er seine Familie und die Freunde vermissen würde, und ganz besonders die Pferde, die ihm sehr ans Herz gewachsen seien. Aber John sprach ihm Mut zu. Er würde in seinem neuen Zuhause sicher viele Freunde finden. Alle waren jedoch sehr traurig, James zu verlieren. Mary Legs war tagelang bedrückt und hörte sogar auf zu fressen. Morgens brachte John ihn auf die Weide und ließ ihn galoppieren, bis er seine schlechte Laune ein wenig abgeschüttelt hatte. Ja, es war schlimm für die Pferde, denn sie wußten, sie würden James niemals wiedersehen. Ein Notfall Eines Nachts wurde Black Beauty plötzlich durch lautes Glockengeläut aus dem Schlaf gerissen. Er hörte, wie die Tür zu Johns Unterkunft aufging und dieser in die Halle hinüber lief. Wenige Minuten später kam er zurück, öffnete die Stahltür und rief, Aufwachen, Beauty! Gleich wirst du rennen wie der Wirbelwind! Noch ehe Black Beauty richtig begriffen hatte, worum es ging, war er gesattelt und aufgezäumt. John warf sich den Mantel um und führte ihn hinüber zur Eingangshalle, wo ein Diener mit einer Lampe stand. Mr. Gordon gab John einen Brief und sagte, Los, John, reite so schnell du kannst, das Leben deiner Herren hängt davon ab. Du darfst keine Minute verlieren. Überbringe Dr. White diesen Brief und sorge dafür, dass Beauty sich ausruht. Dann kehr so schnell wie möglich zurück. Beauty, gib dein Bestes, befahl John. Wir müssen versuchen, das Leben unserer Herren zu retten. Black Beauty aber hatte den Ernst der Lage bereits erkannt und benötigte weder Peitschenhiebe noch Sporen. Er galoppierte zwei Meilen weit, als ginge es um sein eigenes Leben. Als sie die Holzbrücke erreicht hatten, kraute John ihm den Hals und sagte, Gut gemacht, Beauty. John zog die Züge leicht an, um Beauty ein wenig langsamer gehen zu lassen. Aber Beauty war in Hochstimmung und rannte genauso schnell weiter wie zuvor. Um drei Uhr morgens erreichten sie das Haus von Dr. White. John läutete zweimal und klopfte an die Tür. Endlich ging das Fenster auf und der Arzt fragte nach dem Grund für ihren nächtlichen Besuch. Nachdem John ihm erklärt hatte, dass seine Herren sehr krank sei und er dringend gebraucht würde, bat der Arzt, ihn kurz zu warten. Gleich darauf kam er heraus und John reichte ihm die Mitteilung seines Herrn. Dr. White sagte, sein eigenes Pferd sei krank und fragte John, ob er Black Beauty für den Rückritt haben könne. John wusste zwar, dass Black Beauty überhitzt und müde war, aber er wusste auch, wie dringend der Doktor seiner Herren zu Hilfe eilen musste. Also willigte er schließlich ein. Der Heimweg war nicht sehr angenehm für Black Beauty. Dr. White war schon ein alter Mann und außerdem ein schlechter Reiter, aber das tapfere Pferd gab sein Bestes und bald hatten sie Birdwick Park auch erreicht. John wartete am Tor auf sie. Der Herr führte den Doktor ins Haus und Joe brachte Black Beauty in den Stall. Die Beine des Pferdes zitterten, es war völlig verschwitzt und sein ganzer Körper dampfte. Joe rieb ihm die Beine und den Rücken trocken, aber er vergaß ihm eine warme Decke überzulegen. Er meinte wohl, dem Pferd würde zu heiß werden und es wäre unangenehm für Black Beauty. Dann gab er ihm noch etwas Heu und kaltes Wasser zu trinken. Damit meinte er wohl, habe er genug für den erschöpften Black Beauty getan und verließ den Stall. Kurze Zeit später begann Beauty heftig zu zittern. Ihm war kalt und er hatte Schmerzen in den Beinen und in der Brust. Wie sehr hätte er in diesem Zustand eine warme Decke gebraucht. Er sehnte sich nach John. Doch dieser mußte ja den ganzen Weg aus der Stadt zu Fuß zurückgehen. Also legte er sich ins Stroh und versuchte zu schlafen. Später hörte er, wie John an der Stalltür stand. Black Beauty schnaubte leise, denn er fühlte sich sehr schlecht. Sofort sah John nach ihm und merkte gleich, wie sehr er litt. Er deckte ihn mit einer warmen Decke zu und holte warmes Wasser aus dem Haus. Beauty hörte am nächsten Tag, wie John mit Joe schimpfte, weil dieser ihn nicht zugedeckt und ihm nichts Warmes zu trinken gegeben hatte. Der arme Black Beauty war nun sehr krank, denn er hatte eine schlimme Lungenentzündung bekommen und konnte vor Schmerzen kaum atmen. John pflegte ihn rund um die Uhr. Auch Mr. Gordon sah oft nach seinem Pferd und sagte einmal zu ihm, »Armer Beauty, das Leben deiner Herren hast du gerettet. Und nun bist du selber so krank.« Black Beauty war stolz darauf und hörte, wie John hinzufügte, er habe in seinem ganzen Leben noch nie ein Pferd so schnell rennen sehen wie in jener Nacht. Eine Ewigkeit schien zu vergehen, bis Beauty anfing, sich zu bessern. Der Tierarzt untersuchte ihn mehrmals und seine Medizin half gegen das Fieber und die Entzündung. John aber war noch lange danach böse auf Joe. Aber schließlich sah er ein, dass Joe nichts Unrechtes hatte tun wollen. Der Junge hatte es nur nicht besser gewusst. Der Unfall Ende Februar war Beautys Besitzer mit einem Teil der Familie in die Stadt gefahren, wo sie einige Wochen lang verweilen wollten. Nur seine beiden Töchter, Harriet und Anne, waren in Urshel Park geblieben. Außerdem wohnte zu dieser Zeit noch ihr Vetter, Oberst Blantyre, bei ihnen. Harriet war körperlich eingeschränkt und konnte deshalb nicht ausreiten. Ihre Schwester Anne dagegen war sozusagen im Sattel aufgewachsen. Sie verstand vorzüglich, mit Pferden umzugehen, und Beauty war im Allgemeinen ihr bevorzugtes Reitpferd. Beauty genoss diese Ausritte ganz besonders, da sie ihm eine willkommene Abwechslung zum Wagenziehen boten. Manchmal wurden sie von Ginger oder Lizzie, einer rotbraunen Fuchsstute, begleitet. Lizzie war ein äußerst lebhaftes und nervöses Pferd, das meist nur von Männern geritten wurde, da nur diese angeblich in der Lage waren, Lizies überschäubendes Temperament zu zügeln. Eines Tages hatte Anne beschlossen, es einmal mit Lizzie zu versuchen. Sie wollte gemeinsam mit ihrem Vetter einen Ausritt unternehmen und ließ Lizzie für sich selbst und Beauty für Oberst Blanty ersatteln. Als dieser sah, was seine Cousine vorhatte, wurde er sehr besorgt und riet ihr dringend davon ab, auf Lizzie zu reiten. Doch sie wollte seinem Rat nicht folgen, weil sie meinte, genug Erfahrung zu haben, um mit Lizzie fertig zu werden. Also saßen sie auf und ritten los. Vor ihrem Ausflug sollten sie aber noch zum Doktor reiten, der ihnen für Harriet eine Medizin mitgeben wollte. Dort angekommen ging der Oberst ins Haus. Anne wartete mit Lizzie und Black Beauty am Tor. Sie saß entspannt im Sattel, hielt die Zügel locker in der Hand und summte vor sich hin. Plötzlich stürmten von der gegenüberliegenden Weide ein paar Pferde und mehrere Fohlen durch ein offenes Gatter hindurch auf die Straße. Ein Junge lief hinter ihnen her und knallte mit einer Peitsche. Offenbar hatte dabei ein Pferd Lizzie am Hinterhof berührt. Vielleicht war es aber auch die knallende Peitsche, die sie in Panik versetzte, die Stute scheute jedenfalls, schlug hinten aus und rannte in stürmischem Galopp los. Anne wäre beinahe heruntergefallen, doch es gelang ihr, sich oben zu halten, und so verschwand sie mit Lizzie in der Ferne. Black Beauty wierte laut um Hilfe, und es dauerte nicht lange, bis der Oberst aus dem Haus rannte. Sofort bemerkte er, was geschehen war, stieg auf Beautys Rücken, und dieser stürmte so schnell er konnte hinter den beiden her. Beauty galoppierte kaum langsamer hinter ihnen her, als plötzlich ein Hindernis vor Lizzie aufzutauchen schien. Es war ein Graben, aber anstatt endlich stehen zu bleiben, sprang sie hinüber. Dabei jedoch stolperte sie und stürzte. Anne fiel von ihrem Rücken zu Boden und blieb reglos liegen. Sekunden später war der Oberst mit Beauty an der Stelle angekommen. Anne rührte sich nicht, sie sah blass aus, und ihre Augen waren geschlossen. Oberst Blantyre rief verzweifelt um Hilfe. Zwei Männer, die in der Nähe gearbeitet und das Ganze beobachtet hatten, kamen angerannt. Der Oberst bat einen von ihnen den Doktor zu benachrichtigen und dann nach Urshel Park zu reiten, um weitere Hilfe zu holen. Er solle Beauty nehmen, während der Oberst selbst bei Anne bleiben wollte. Beauty brachte den im Reiten unerfahrenen Mann sicher zum Doktor und nach Urshel. Dort wurde er in seinen Stall gebracht, und erst später sollte er von Ginger erfahren, was mit seiner jungen Reiterin geschehen war. Ginger hatte sie im Wagen nach Hause gebracht, nachdem sie noch auf der Wiese vom Doktor behandelt worden war. Glücklicherweise hatte Anne sich bei dem Sturz nicht ernsthaft verletzt. Es dauerte nicht lange, da war sie wieder in der Lage zu reiten. Doch ließ man sie nach diesem Unfall nur noch auf Black Beauty reiten, denn er war das zuverlässigste Pferd in ganz Urshel Park. Reuben Smith Wenn Mr. York einmal geschäftlich unterwegs war, übernahm ein gewisser Reuben Smith die Arbeit in den Stellen. Er war intelligent, freundlich und er konnte besser als jeder andere mit den Pferden umgehen. Aber er hatte leider eine große Schwäche, denn es gab immer wieder Zeiten, in denen er sehr viel Alkohol trank. Er konnte zwar manchmal monatelang keinen Tropfen anrühren, aber dann verlor er doch immer wieder die Kontrolle über sich und betrank sich sinnlos. War dieser Zeitpunkt gekommen, dann war Reuben Smith nur noch ein Schatten seiner selbst und wurde zur Qual für seine Familie und für alle, die mit ihm zu tun hatten. Mr. York wußte von diesem Problem. Er hatte mit ihm darüber gesprochen und Reuben hatte ihm versprechen müssen, dass er, solange er in den Stellen arbeitete, keinen Tropfen Alkohol anrühren würde. Mr. York vertraute ihm und so sollte Reuben seine Arbeit übernehmen, wenn er selbst abwesend war. Es war nun Anfang April. Die Familie, die Mr. York vor ein paar Wochen in die Stadt begleitet hatte, sollte im Mai zurückkommen. An einem Morgen mußte Reuben Smith einige Dinge im Ort erledigen und wählte Black Beauty als sein Zugpferd für den Wagen aus. Reuben lenkte die Kutsche in angenehmer Geschwindigkeit. Am Ziel angekommen, wurde Beauty in einen Stall gebracht und gut gefüttert, und er konnte sich vor der Rückfahrt ein wenig ausruhen. Auf dem Hinweg hatte sich ein Nagel von seinem Vorderhof gelöst. Der Stalljunge, den Versorgte, hatte dies jedoch nicht bemerkt. Einige Stunden später kam Reuben Smith zurück. Er erklärte, sie würden erst ein wenig später die Heimfahrt antreten, da er ein paar alte Freunde getroffen hätte. Inzwischen hatte der Stalljunge entdeckt, dass sich eines von Beautys vorderen Hufeisen gelöst hatte, und er fragte Reuben, ob er etwas dagegen unternehmen wolle. Dieser meinte aber, es würde sicher noch so lange halten, bis sie zu Hause wären. Seine Stimme klang laut und ungewohnt. Black Beauty wunderte sich darüber, dass dieser Mann, der sonst so gewissenhaft mit den Pferden umging, nicht einmal einen Blick auf sein lockeres Hufeisen werfen wollte. Reuben schien schlechte Laune zu haben und schaute finster drein. Beauty mußte also noch ein paar Stunden warten. Endlich, gegen neun Uhr abends, kam Reuben zurück und war völlig betrunken. Er holte Black Beauty aus dem Stall, und sie machten sich auf den Heimweg. Noch bevor sie den Ort verlassen hatten, zwang er Beauty zum Galopp. Der Weg war sehr steinig, und bei dieser Geschwindigkeit verlor das Pferd natürlich endgültig sein vorderes Hufeisen. Wäre Reuben nicht so betrunken gewesen, so hätte er dies wahrscheinlich sofort bemerkt. Stattdessen trieb er Beauty immer noch weiter an, und bald begann dessen Vorderlauf entsetzlich zu schmerzen. Der Huf brach und splitterte, und die scharfkantigen Steine schnitten ihm ins Fleisch. Bald waren die Qualen so unerträglich, dass Black Beauty nicht mehr weiterlaufen konnte. Er geriet ins Straucheln und fiel mit großer Wucht vornüber. Reuben wurde abgeworfen, und da sie so schnell geritten waren, prallte er mit dem ganzen Gewicht seines Körpers heftig auf den steinigen Untergrund. Beauty hatte sich wieder aufgerichtet und humpelte an den Wegrand. Der Mond war gerade aufgegangen, und Beauty sah Reuben in einiger Entfernung reglos auf dem Boden liegen. Black Beauty hatte große Schmerzen. Die laue Aprilnacht aber ließ ihn an längst vergangene Zeiten denken, als er an der Seite seiner Mutter auf einer wunderschönen Wiese gelegen hatte. Dabei lauschte er nach Geräuschen von Pferden, Kutschen oder Fußstapfen, in der Hoffnung, jemand käme, um ihnen zu helfen. Das traurige Ende Es muß wohl Mitternacht gewesen sein, als Black Beauty plötzlich das Trappeln von Pferdehufen vernahm. Als sie näher herankamen, erkannte er, dass es Ginger war und vierte laut. Die Kutsche hielt genau vor der dunklen, bewegungslosen Gestalt, die am Boden lag an. Einer der Männer sprang herunter, betrachtete Reuben und nachdem er seinen schlaffen Arm angehoben hatte, sagte er, »Er ist tot! Fühl mal seine kalten Hände!« Sie hoben den leblosen Körper noch einmal hoch und sahen, dass Reubens Haare blutdurchtrinkt waren. Dann entdeckten sie Black Beauty, seine zerschundenen Knie und den verletzten Huf. Sie begriffen sofort, was geschehen sein musste. Reuben hatte seinen Tod offenbar selbst verschuldet, denn er hatte wieder einmal zu viel getrunken. Die Männer luden den Leichnam auf die Kutsche und dann traten sie die traurige Heimreise an. Trotz großer Schmerzen konnte Beauty noch einigermaßen voranhumpeln. Nachdem sie das Anwesen erreicht hatten, wurde er in den Stall geführt und seine Knie wurden mit angefeuchteten Tüchern umwickelt. Sein verletzter Huf wurde verbunden, dann legte er sich ins Stroh und schlief endlich ein. Am nächsten Tag kam der Tierarzt, um Beautys Beine zu untersuchen. Er drückte die Hoffnung aus, dass die Beine nicht für immer durch den Sturz geschädigt sein würden. Die Narben, die er zurückbehalten würde, sollten ihn aber sein Leben lang an diese schreckliche Nacht erinnern. Die Ärzte gaben ihr Bestes, aber die Heilung war langwierig und schmerzhaft. Wildes Fleisch am Huf wurde ausgebrannt, die Knie wurden mit Salben eingerieben und man legte ihm immer neue Wundverbände an. Nachdem die Knie dann endlich abgeheilt waren, begoss man sie mit einer scharfen Flüssigkeit, damit die Haare ausfielen. Da Rubens Tod so plötzlich und ohne Zeugen eingetreten war, veranlasste man eine Untersuchung des Unfalls. Der Gastwirt im Ort konnte bezeugen, dass Ruben in der Unglücksnacht sehr betrunken gewesen und im vollen Galopp davongeritten war. Man fand Beautys Hufeisen auf dem Weg und damit war die Ursache für dieses Unglück eindeutig geklärt. Beauty traf keine Schuld an Rubens Tod. Es geht bergab. Sobald die Knie von Black Beauty anfingen zu heilen, wurde er für längere Zeit auf eine kleine Weide gebracht. Er war allein dort und obwohl er seine Freiheit und das wohlschmeckende Gras genoß, fühlte er sich sehr einsam. Er vermisste vor allem Ginger, denn sie waren in der Zwischenzeit gute Freunde geworden. Jedes Mal, wenn der Pferde vorbeikommen sah, wierte er. Doch bisher bekam er nur selten eine Antwort. Dann wurde eines Morgens das Gatter geöffnet und Ginger trottete langsam auf die Weide. Beauty wierte froh und rannte auf sie zu. Aber er sollte schnell erfahren, dass Ginger nicht zu ihm gebracht worden war, um ihm Gesellschaft zu leisten. Sie berichtete ihm vielmehr von einer weiteren Reihe leidvoller Erfahrungen, die sie hatte durchmachen müssen. Man hatte sie endgültig zugrunde gerichtet. Um zu sehen, ob ein wenig Ruhe und Auslauf ihre Gesundheit wiederherstellen könnte, hatte man sie zu Black Beauty auf die Weide gebracht. Ginger schaute ihn mit traurigen Augen an und sprach. Hier sind wir nun, ruiniert, in der Blüte unserer Jugend und Kraft. Das Leben meint es nur schlecht mit uns. Die Pferde hatten sich sehr verändert. Dennoch verdarb es ihnen nicht die Freude daran, zusammen sein zu dürfen. Sie sprangen zwar nicht mehr so lebenslustig umher wie in früherer Zeit, aber sie genossen das saftige Gras und standen Kopf an Kopf unter schattigen Linden beisammen. Eines Tages sahen sie ihren Besitzer auf die Weide kommen, der gerade von einer längeren Reise zurückgekehrt war. Mr. York begleitete ihn und die beiden untersuchten Black Beauty und Ginger eingehend. Der Herr wurde bei dem Anblick seiner zerschundenen Pferde sehr zornig. Mein bester Freund hat mir diese Pferde anvertraut, damit sie es gut bei mir haben. Jetzt kann ich nichts mehr mit ihnen anfangen. Ginger soll noch eine Weile hierbleiben, damit wir sehen können, wozu sie noch taugt. Der Schwarze wird verkauft. Es ist zwar schade um ihn, aber ein Pferd mit solchen Knien kann ich in meinem Stall nicht gebrauchen. Mr. York drängte seinen Herrn Beauty an, einen Mann zu verkaufen, mit dem er gut bekannt war. Er wusste, dieser würde ihn gut behandeln und sich nichts aus seinem Aussehen machen. Black Beauty musste also erneut Abschied nehmen, vor allem von Ginger, und wurde mit der Eisenbahn in eine andere Stadt geschickt. Am Ziel der Reise angelangt, brachte man ihn in einen Stall, der zwar einigermaßen bequem war, aber nicht so luftig und groß wie sein bisheriges Zuhause. Sein neuer Besitzer besaß zahlreiche Pferde und Kutschen, die er tagsüber vermietete. Meistens wurden sie von seinen eigenen Angestellten gefahren oder aber an Leute ausgeliehen, die selber mit Pferd und Wagen umgehen konnten. Früher arbeitete Beauty eigentlich immer mit Leuten, die wussten, worauf es beim Kutschieren ankam. Hier jedoch hatte er es mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, die oft nicht wussten, was sie taten. Einmal wurde er von einem Mann mit dessen Familie ausgeliehen. Als es losging, zog der Mann die Zügel straff an und Beauty erhielt viele Peitschenhiebe, obwohl er ein gutes Tempo ging. Es war eine schlechte Wegstrecke, sehr steinig und uneben. Plötzlich blieb ein Stein in Beautys Vorderruf stecken. Ein geübter Kutscher hätte bereits nach zwei, drei Schritten gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Dieser Herr jedoch war so ins Reden und Lachen vertieft, dass er erst nach einer halben Meile bemerkte, dass Beauty lahmte. Glücklicherweise kam ein freundlicher Bauer vorbei, der den Stein aus dem schmerzenden Huf entfernte. Erfahrungen wie diese gehörten von nun an zu Beautys Leben als Mietpferd. Nach einigen Monaten mit so rauer Behandlung lieh ihn eines Tages ein Herr aus, der sich offensichtlich gut mit Pferden auskannte. Er schien gefallen an Black Beauty zu finden, und so spannte dieser all seine Muskeln an und trabte los. Es fühlte sich fast wie in alten Zeiten an. Und Beauty war richtig froh über diesen Tag. So kam es, dass er eines Tages Beautys Besitzer fragte, ob er ihn nicht an einen seiner Freunde verkaufen wolle, der ein gutes Reitpferd suchte. So gelangte Black Beauty noch in jenem Sommer in die Hände eines gewissen Mr. Barry. Der Dieb Beautys neuer Besitzer lebte allein in einem kleinen Häuschen. Er hatte geschäftlich viel zu tun, und sein Arzt hatte ihm zum Ausgleich das Reiten empfohlen. Er mietete in der Nähe seines Hauses einen Stall für Beauty und stellte einen Mann namens Filcher ein, der sein Stallbursche sein sollte. Mr. Barry hatte zwar keine Ahnung von Pferden, aber er behandelte Beauty gut. Er kaufte das beste Heu und ließ zerstampfte Bohnen, Hafer und Kleier für ihn dar. Black Beauty hatte es nach langer Zeit offenbar wieder einmal gut getroffen. Einige Tage lang war auch alles in Ordnung. Der Stallbursche hielt seine Box sauber und striegelte ihn oft. Nach ein paar Tagen aber spürte Beauty, dass irgendetwas mit seinem Futter nicht stimmte. Er bekam zwar Kleie und zerstampfte Bohnen, aber kaum noch den guten Hafer. Nach ein paar Wochen wurde es dann offensichtlich. Beauty war schwach und niedergeschlagen, doch er konnte ja nicht sagen, was ihm fehlte. Er wunderte sich nur darüber, dass es Mr. Barry nicht auffiel, dass es ihm von Tag zu Tag schlechter ging. Eines Nachmittags bekam sein Herr Besuch von einem Freund, der viel von Pferden verstand. Als er Beauty sah, sagte er zu Mr. Barry, »Dann Pferd sieht schlecht aus. Was hast du mit ihm gemacht? Meine Meinung nach ist der arme Kerl am Verhungern.« Mr. Barry erklärte ihm zwar, er habe nur das beste Futter für Beauty gekauft, doch nachdem die beiden eine Weile nachgedacht hatten, kam sie zu dem Schluss, dass irgendetwas mit dem Pferdefutter nicht stimmen konnte. Black Beauty wußte genau, was mit seinem Hafer geschehen war. Sein Stallbursche Mr. Filcher kam jeden Morgen mit einem Jungen in den Stall, der einen kleinen zugedeckten Korb bei sich trug. Sie gingen in die Sattelkammer und füllten den Korb mit Beautys Hafer voll. Dann verschwand der Junge damit. Eines Morgens jedoch, etwa fünf Tage nach dem Gespräch zwischen Mr. Barry und seinem Freund, wollte der Junge erneut in den Stall gehen, als er von einem Polizisten aufgehalten wurde. Der Junge, ein Sohn von Mr. Filcher, erschrak sehr, bekam Angst und wollte schreien. Der Polizist aber zwang ihn, allen zu zeigen, wie er jeden Morgen den Hafer verschwinden ließ. Mr. Filcher und er wurden ins Gefängnis gesteckt. Der Sohn wurde zwar kurz darauf wieder freigelassen. Der Stallknecht selber aber mußte für zwei Monate im Gefängnis bleiben. Ein Leben als Droschkenpferd Beautys neuer Herr hieß Jeremiah Barker, aber er wurde meistens Jerry genannt. Seine Frau hieß Polly. Sie war eine Schönheit mit weichen, dunklen Haaren, dunklen Augen und einem kleinen, fröhlichen Mund. Ihre beiden Kinder, Harry, ein zwölfjähriger Junge, und die achtejährige Dolly waren sehr gutherzig. Beauty hatte eine wirklich glückliche Familie gefunden. Jerry arbeitete als Droschkenkutscher in der Stadt. Beauty sollte von nun an zusammen mit einem anderen Pferd namens Captain die Pferdedroschke ziehen. Gleich am ersten Morgen nach seiner Ankunft besuchten Polly und Dolly Black Beauty in seinem Stall. Sie wollten sich unbedingt mit ihm anfreunden. Es tat ihm gut, endlich wieder einmal verwöhnt zu werden. Die beiden fütterten ihn mit Äpfeln und Brotresten, streichelten ihn und sprachen freundliche Worte. In ihren Augen war Beauty eigentlich viel zu schade, um als Droschkenpferd zu arbeiten, und sie wunderten sich über seine vernarbten Knie. Nachmittags wurde er dann zum ersten Mal vor die Droschke gespannt. Jerry achtete sehr darauf, daß der Kragen nicht zu eng anlag und die Riemen locker genug waren. Er legte ihm auch keine Aufsatzzügel an und befestigte den Schweifriemen so lose wie möglich. Stolz fuhr Jerry in die Stadt und gab sogar vor den anderen Droschkenkutschern ein bisschen mit Beauty an. Viele von ihnen dachten, etwas würde nicht stimmen mit Beauty, denn er sah einfach zu gut für ein Droschkenpferd aus. Jerry lächelte nur und strich ihm über den Hals. Die erste Arbeitswoche aber wurde sehr anstrengend für Black Beauty, denn er musste sich erst an den Lärm und den Verkehr in der Stadt gewöhnen, aber er fasste schnell Vertrauen zu Jerry und fand sich bald gut in dem Durcheinander der überlebten Straßen zurecht. In kürzester Zeit verstand er sich mit Jerry so gut, wie es nur sein konnte. Jerry hielt die Stelle sauber und fütterte Black Beauty und Captain ausreichend. Das Schönste aber war, daß sie an Sonntagen frei hatten und sich ausruhen konnten, denn in der Woche mußten sie so hart arbeiten, daß sie diesen freien Tag mehr als verdient hatten. Beauty und Captain, sein Partner, freundeten sich schnell an und sie erzählten sich gegenseitig ihre Lebensgeschichten. Beauty fühlte sich bald so wohl wie in alten Zeiten. Jerry Barker Black Beauty hätte wirklich keinen besseren Herrn finden können. Jerry war immer freundlich zu ihm und stand ein für das, was er einmal gesagt hatte. Er hatte nie Streit mit anderen, nur eines konnte ihn wütend machen und das war, wenn Leute unter Zeitdruck standen. Es gab immer wieder Fahrgäste, die zu spät dran waren und dann von Jerry verlangten, er solle seine Pferde mit der Peitsche dazu antreiben, schneller zu rennen. So war es auch eines Nachmittags, als zwei junge Burschen aus seiner Gastwirtschaft kamen und zu Jerry hinüber riefen, »He, Kutscher! Wir haben es eilig! Wenn du uns rechtzeitig zum Ein-Uhr-Zug am Bahnhof ablieferst, werden wir dich gut bezahlen!« Jerry ließ die beiden einsteigen, aber er wollte nicht hetzen und verlangte lediglich den normalen Fahrpreis von den Männern. Die jungen Burschen überlegten einen Augenblick und dann fuhren sie los. Es war nicht einfach, mitten am Tag durch dichtes Verkehrsgewühl einigermaßen zügig fahren zu kommen, wenn aber Pferd und Kutscher gut aufeinander eingespielt sind, so wie Beauty und Jerry, sind sie durchaus in der Lage, fast Unmögliches zu vollbringen. Jerry und Beauty waren Experten im Durchqueren der Stadt, wenn sie es sich einmal in den Kopf gesetzt hatten. Obwohl die Straßen verstopft waren, verstanden die beiden es, sich so durch das Gewühl durchzuschlängeln, dass sie schon fünf Minuten vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof ankamen. Ihre beiden Fahrgäste waren sehr erfreut, dass sie ihren Zug noch erreichten und lobten Pferd und Kutscher für ihre Kunst. Sie boten Jerry dann noch ein höheres Fahrgeld, aber dieser stand zu seinem einmal gegebenen Wort und lehnte das Geld ab. Er half den Männern noch mit ihrem Gepäck und dann verschwanden die beiden in der überfüllten Bahnhofshalle. Jerry war stolz auf Beauty und klopfte ihm auf den Hals. Am Abend striegelte er Beauty und gab ihm angewärmten Hafer zu fressen. Jerry erzählte seiner Familie von ihrer ungewöhnlichen Fahrt zum Bahnhof, aber sie lachten nur und stellten Vermutungen über die möglichen Gründe der Männer an. Dann lobten sie Beauty und bedankten sich bei ihm für die gute Arbeit. Wiedersehen mit Ginger Eines Tages, als Jerry mit Beauty und vielen anderen Kutschen vor einem Park auf Kundschaft warteten, kam ein schäbiger alter Wagen heran und stellte sich zu ihnen. Das Pferd, eine abgearbeitete Fuchsstute, ihr Fell in schlechtem Zustand, war bis auf die Knochen abgemagert. Die Beine sahen knöchern und zerbrechlich aus. Sie hatte gerade etwas Heu bekommen und der Wind wehte ein Büschel davon zur Seite. Die bedauernswerte Stute streckte ihren langen, dürren Hals aus, um es aufzunehmen. Dann drehte sie sich um und blickte Beauty geradewegs in die Augen. Es war ein trüber und hoffnungsloser Blick. Beauty glaubte sie zu können und während er noch darüber nachdachte, fragte sie ihn plötzlich, »Bist du es, Black Beauty?« Ja, es war Ginger, die vor ihm stand. Aber wie hatte sie sich verändert? Ihr wunderbar gewölbter Nacken war jetzt gerade und eingefallen. Die schönen, kräftigen Beine waren geschwollen und die Schenkel durch jahrelange harte Arbeit aus der Form geraten. Sie sah unendlich leidend und gequält aus. Ginger beugte den Kopf ein wenig näher zu ihrem alten Freund hinüber und erzählte ihre Leidensgeschichte. Nachdem sie noch ein Jahr auf der Weide verbracht hatte, wo Black Beauty sie zum letzten Mal sah, erklärte man sie wieder für arbeitstauglich und verkaufte sie an einen neuen Besitzer. Eine ganze Weile ging alles gut. Aber eines Tages, nach einem besonders anstrengenden Galopp, kehrten ihre alten Beschwerden zurück. Nach einer kurzen Erholungspause wurde sie wiederum verkauft. So ging es ein paar Mal. Ihre Gesundheit stand nicht zum Besten, als sie schließlich an einen Mann geriet, der eine Pferdedroschke besaß. Dieser erkannte bald, wie schwach Ginger geworden war. Sie war kaum mehr den Preiswert, den er für sie bezahlt hatte. Er spannte Ginger vor diesen alten Wagen, indem sie nun neben Black Beauty am Park stand, denn den konnte sie gerade noch ziehen. Aber man peitschte sie immer noch aus und trieb sie zur Arbeit an, ohne Rücksicht auf ihren schlechten Zustand. Nicht einmal an den Sonntagen hatte sie frei, um sich von der Arbeit auszuruhen. »Aber du hast dich doch immer gegen schlechte Behandlung gewehrt,« sprach Beauty betroffen. »Ja, früher,« sagte Ginger. »Aber die Menschen sind stärker, grausam und ohne Gefühl.« »Man kann nichts gegen sie tun. Mir bleibt nur, mich meinem Schicksal zu ergeben und das bittere Ende abzuwarten. Ach, wäre ich doch nur schon tot. Ich kann dieses Leben einfach nicht mehr ertragen.« Black Beauty war tief erschüttert. Ginger tat ihm unendlich leid. Er stupste sie mit seiner Nase an, aber ihm fielen keine Worte ein, die imstande gewesen wären, seine Freundin zu trösten. Ginger freute sich sehr, ihn noch einmal gesehen zu haben und sagte, »Beauty, du bist der einzige Freund, den ich in meinem Leben jemals gehabt habe.« Kurz darauf kam ihr Kutscher zurück, zog Ginger aus der Reihe der wartenden Droschken und fuhr mit ihr davon. Nur wenige Tage später fuhr ein Leiterwagen an Jerry Stoschkenstand vorbei. Er transportierte ein totes, braunes Pferd. Der Kopf hing hinab und aus der leblosen Zunge tröpfelte Blut auf die Erde. Es war ein grauenvoller Anblick. Doch hoffte Black Beauty, es wäre Ginger, damit ihre Leiden ein Ende gefunden hätten. Wenn die Menschen doch nur ein Herz hätten. Dann würden sie uns den Gnadentusk geben, bevor es zu einem solch traurigen Ende kommt, sagte Beauty zu sich selbst. Captains Ende Captain und Black Beauty waren sich durch ihre gemeinsame Arbeit immer näher gekommen. Doch ihre Freundschaft sollte nicht von langer Dauer sein. Eines Tages hatten Captain und Jerry eine Gesellschaft zu einem der großen Bahnhöfe gefahren. Sie waren gerade auf dem Rückweg, als plötzlich ein leerer Brauereiwagen, der von zwei stimmigen Pferden gezogen wurde, in rasender Geschwindigkeit ihren Weg kreuzte. Jerry konnte nicht mehr ausweichen. Und so rannten die beiden Pferde direkt in seine Droschke hinein. Captain wurde mitsamt der Kutsche zu Boden gerissen. Eine Deichsel bohrte sich in seine Flanke. Jerry war nur durch einen beherzten Sprung zur Seite, unverletzt geblieben. Captain aber hatte schwere Verwundungen davon getragen. Er war durch die Splitter der zerborstenen Holzkutsche überall zerschnitten. Während Jerry ihn ganz behutsam nach Hause führte, ran unaufhörlich das Blut von seinem hellbraunen Fell herab. Der Kutscher des schuldigen Brauereiwagens war betrunken gewesen. Er wurde dazu verurteilt, Jerry den Schaden zu ersetzen. Doch für Captains erlittene Verletzungen konnte er natürlich nicht aufkommen. Der Tierarzt tat sein Bestes. Aber es war allen klar, dass Captain nie wieder ganz gesund werden würde. Unter den Droschkenkutschern war dieser Unfall noch lange im Gespräch. Sie empörten sich vor allem über unverantwortlich handelnde Kollegen, die Alkohol tranken und trotzdem eine Pferde droschgelenkten. Einige Tage lang schien Captain sich ganz gut zu erholen. Aber er war schon ziemlich alt und so wurde er dann doch zusehends schwächer. Jerry musste sich schweren Herzens dazu durchringen, ihm den Gnadenschuss zu geben. Zwar hätte er ihn noch für wenig Geld verkaufen können, aber weil er niemanden kannte, der das alte Pferd bis zu seinem Ende gut gepflegt hätte, war diese Entscheidung wohl das Beste für alle. Gleich am nächsten Tag sollte es geschehen. Die Familie war sehr traurig über den Verlust. Jerry musste sich von nun an nach einem neuen Pferd umsehen. Kurze Zeit später bot ihm ein Mann einen jungen Hengst an, der bisher auf einem Gut gelebt hatte. Dort konnte man ihn wegen seines feurigen Temperaments nicht länger behalten. So kaufte Jerry ihn und nannte ihn Hotspur. Der Hengst war erst fünf Jahre alt, hatte ein schönes, rostrotes Fell und ein besonders weiches Maul. Jerry ging sehr liebevoll mit ihm um und auch Black Beauty verstand sich bald gut mit ihm. Schnell gewöhnte sich Hotspur an die Arbeit als Droschkenpferd und Jerry konnte sehr zufrieden mit ihm sein. Jerrys Neujahr Es gibt viele Menschen, die Weihnachten und Silvester als besonders glückliche Tage im Jahr schätzen. Dies gilt jedoch nicht für Droschkenfahrer und ihre Pferde, denn für sie ist es eine sehr arbeitsreiche Zeit. Es wird viel gefeiert und bis spät in die Nacht wollen Fahrgäste nach Hause gebracht werden. Manchmal mussten Pferd und Kutscher stundenlang bei Frost und Regen auf ihre Gäste warten, die in den warmen Häusern tanzten und feierten. Zusätzlich zu dieser anstrengenden Arbeit hatte Jerry während der Weihnachtswoche auch noch eine schlimme Erkältung bekommen. Aber egal, wie später mit Beauty oder Hotspur heimkam, Polly empfing sie auch noch tief in der Nacht mit einer Laterne vor dem Haus. Sie war sehr besorgt um Jerrys Gesundheit. Aber sie sagte nichts, denn sie wusste, wie gut ihr Mann um die Jahreszeit verdienen konnte. Am Silvesterabend wollten zwei feine Herren zu einem Haus an einem der großen Plätze in der Stadt kutschiert werden. Gegen 9 Uhr abends ließ Jerry die beiden Männer dort aussteigen und sie baten ihn, er möge sie um 11 Uhr wieder abholen. Sie gingen zu einem Kartenspiel, daher könne es vielleicht auch ein paar Minuten später werden. Jerry solle aber in jedem Fall auf sie warten. Pünktlich um 11 Uhr stand Jerry mit Black Beauty vor der Tür. Es wurde halb zwölf, Viertel vor zwölf. Doch die Männer kamen noch immer nicht heraus. Der Wind blies eiskalt, es hagelte und regnete unaufhörlich. Jerry sprang vom Wagen und zog die Decke höher über Beautys Hals. Jerrys Husten hatte sich verschlimmert, denn er war dem kalten Wetter schutzlos ausgeliefert. Erst gegen Viertel nach eins kamen die beiden Herren dann endlich aus dem Haus. Sie stiegen wortlos in die Kutsche und nannten Jerry ihr Fahrziel. Beautys Beine waren steif vor Kälte und er fürchtete zu stolpern. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, bedankten die Männer sich nicht einmal dafür, dass Jerry so lange auf sie gewartet hatte. Ja, sie beschwerten sich sogar noch bei ihm wegen des höheren Fahrpreises. Endlich konnten die beiden nach Hause fahren. Jerry konnte vor Heiserkeit kaum noch sprechen. Polly sprach nach ihrer Ankunft kein Wort, aber in ihrem Gesicht war tiefe Besorgnis abzulesen. Jerry schaffte es noch, Black Beauty zu füttern und trocken zu reiben. Dann konnte er sich endlich selbst ausruhen. Es war schon Vormittag, bevor am nächsten Tag jemand in den Stall kam. Jerrys Sohn fütterte die Pferde und säuberte die Pferdeboxen. Still verrichtete er seine Arbeit und Beauty spürte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Später kam Polly in den Stall. Weinend sprach sie mit ihren Kindern über Jerrys schwere Krankheit. Die Pferde sehnten sich nach ihrem Herrn. Aber erst nach einer Woche hörten sie, wie Polly sagte, ihr Mann habe den kritischen Punkt seiner Krankheit überstanden. Jerry ging es zwar langsam wieder etwas besser, doch der Arzt hatte ihm dringend davon abgeraten, je wieder als Droschken-Coacher zu arbeiten. Die Familie machte sich deshalb große Sorgen, denn sie wussten nicht, wovon sie in Zukunft ihren Lebensunterhalt bestreiten sollten. Kurz nachdem Jerrys Gesundheit einigermaßen wiederhergestellt war, erhielt er einen Brief von einer alten Freundin. Sie war Witwe, lebte auf dem Land und bot Jerry und seiner Familie ein altes, leerstehendes Bauernhaus in ihrer Nähe an. Sie hatte auch eine Stellung als Kutscher für Jerry und außerdem gäbe es an ihrem Ort eine gute Schule für die Kinder. Die Familie entschloss sich, aufs Land zu ziehen, sobald Jerry wieder gesund sein würde. Die Kutscher und die Pferde sollten verkauft werden. Für Black Beauty war dies eine schlechte Nachricht. Er hatte sich bei Jerry und seiner Familie doch so wohl gefühlt und nun sollte er schon wieder einen neuen Besitzer bekommen. Obwohl er nicht mehr jung und seiner Gesundheit ein wenig angegriffen war, hatte er doch immer sein Bestes gegeben. Der Abschied fiel ihm sehr schwer. Aber Jerry wollte nicht, dass Beauty noch länger als Droschken-Pferd arbeitete und so bat er einen Freund darum, ein gutes Zuhause für ihn zu suchen. Beauty sah Jerry nie wieder. Denn als der Tag gekommen war, da er zu seinem neuen Besitzer gebracht wurde, durfte Jerry das Haus noch nicht verlassen. Polly und die Kinder aber sagten ihm auf Wiedersehen. Sie sprachen ihm Mut zu und bedauerten es sehr, dass sie Beauty nicht mitnehmen konnten. Dann legte Polly ihre Hand auf Beautys Mähne und gab ihm zum Abschied einen Kuss auf den Hals. Jakes und die alte Dame Jerry hatte Beauty an einen Getreidehändler und Bäcker verkauft. Da er den Mann kannte, glaubte er sicher zu sein, dass dieser gut für sein Pferd sorgen, es ausreichend füttern und nicht zu hart arbeiten lassen würde. Was das Füttern anbetraf, sollte er recht behalten. Doch war sein neuer Besitzer nicht immer da, um darauf achten zu können, ob Beauty es auch gut hatte. In der Getreidemühle gab es einen Vorarbeiter, der alle herumscheuchte und zur schnelleren Arbeit antrieb. Es geschah häufig, dass er Beautys Wagen mit so viel Waren bepackte, dass dieser große Mühe hatte, ihn zu ziehen. Jakes, der Beautys Wagen lenkte, beschwerte sich oft bei ihm über die zu schwere Ladung, aber der Vorarbeiter wollte nicht auf ihn hören. Außerdem musste Beauty wieder die verhassten Aufsatzzügel tragen. Nach drei oder vier Monaten härtester Arbeit begannen seine Kräfte zu schwinden. Eines Tages, Beautys Wagen war wieder einmal mehr als hoffnungslos überladen, ging der Weg streckenweise steil bergauf. Beauty bot all seine Kräfte auf, um den Wagen hinaufzuziehen, aber er schaffte es nicht und hielt an. Jakes wurde zornig und schrie, Los, du alter Gaul! Ich verpasse dir ein paar Peitschniebe, wenn du nicht weiterziehst! Er prügelte mit der Peitsche auf Beauty ein. Das scharfe Leder der Peitsche schnitt ihm ins Fleisch. Gerade als er meinte, die Schmerzen nicht länger ertragen zu können, kam eine alte Dame auf den Wagen zu und rief, »Oh bitte, hören Sie doch auf, das arme Pferd zu schlagen! Man sieht doch, dass der Weg viel zu steil für es ist, mit einer solchen Ladung hinten drauf.« Jakes wollte anfangs nicht auf die Frau hören, erst nachdem sie ihm erklärt hatte, dass er es doch einmal mit gelockerten Zügeln versuchen sollte, damit das Pferd seiner Kraft besser einsetzen konnte, ließ er sich auf ihren Ratschlag ein. Endlich konnte Beauty den Kopf senken. Jetzt stemmte er sein ganzes Gewicht gegen den Kragen. Auf diese Weise schaffte er es schließlich doch noch, die Ladung den Berg hinaufzuziehen. Die alte Dame kam ihnen hinterher. Oben auf dem Berg streichelte und lobte sie Black Beauty. Dieser freute sich, endlich wieder einmal freundliche Worte zu hören. Die Dame erklärte Jakes nochmals, wie schwer es für ein Pferd sei, eine solche Last mit Aufsatzzügeln einen Berg hinaufzuziehen, und sie bat ihn darum, dies in Zukunft zu unterlassen. Jakes nickte verständnisvoll und ließ von da an die Züge locker. An dem Gewicht der Lasten, die Beauty zu ziehen hatte, änderte dies jedoch nichts. Und noch etwas machte Beauty sehr zu schaffen. Nach getaner Arbeit wurde er in einem fast finsteren Stall untergebracht. Der Lichtmangel legte sich nicht nur auf sein Gemüt. Er bekam auch schlechte Augen und konnte nicht mehr so gut sehen wie früher. Mit jedem Tag wurde Black Beauty unglücklicher. Nach einiger Zeit war er so schwach geworden, dass man ihn für die schwere Arbeit nicht mehr gebrauchen konnte. Der Getreidehändler verkaufte ihn für wenig Geld an einen Fuhrunternehmer. Schwere Zeiten Beautys neuer Besitzer war ganz besonders grausam. Er hieß Nicholas Skinner, hatte schwarze, stechende Augen und eine Hakennase. Seine Stimme klang hart und knirschend, wie die Räder eines Wagens, der über Steine rollt. Er besaß wie Jerry eine Pferdedroschke, die Beauty von nun an ziehen sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Black Beauty zwar schon erfahren, wie elendig ein Leben als Troschkepferd sein konnte, doch das, was er jetzt erleben sollte, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen bei weitem. Skinner besaß eigentlich nur schäbige, unsichere Kutschen. Die Männer, die für ihn arbeiteten und die Wagen lenkten, waren ebenso schlecht. Er behandelte seine Angestellten grob und diese gaben das Unrecht an die Pferde weiter. Sie bekamen weder Pferde noch Männer. Einen einzigen Ruhetag. Sogar an den Sonntagen und bei schlimmster Sommerhitze mussten sie sich für Skinner abrackern. Im Sommer geschah es gelegentlich, dass Beauty sonntags morgens eine Gruppe von Männern aufs Land hinaus kutschieren sollte. Sie hatten ihr Vergnügen daran, Beauty immer schneller und schneller über die hüglige Landschaft zu jagen. Nach einem solchen Tag war Black Beauty so erhitzt und ausgelaugt, dass er abends nicht einmal mehr imstande war, sein Futter anzurühren. Wie sehr sehnte er sich dann nach einem kühlen Getreidebrei, den Jerry ihm an heißen Sommertagen gegeben hatte. Oft musste er daran zurückdenken. Wie sehr hätten auch die freien Sonntage von damals dazu beitragen können, dass er sich von der anstrengenden Arbeit hätte erholen können. Hier jedoch gönnte man ihm weder eine Ruhepause, noch fütete man ihn ausreichend genug, damit er wieder zu Kräften kommen konnte. Beautys neuer Kutscher war genauso grausam wie sein Arbeitgeber. Er hatte eine Peitsche, an deren Ende manchmal eine scharfe Spitze saß, die in Beautys Fleisch drang, so daß er blutende Wunden davontrug. Der Mann schlug ihn mit der gefährlichen Peitsche sogar auf den Bauch und auf den Kopf. Sein Leben war eine einzige Qual. Wie sehr vermisste er die freundlichen Worte von Jerry und seiner Familie. Hier glich er eher einer Arbeitsmaschine als einem Lebewesen, das Gefühle besaß. Oft dachte er jetzt an Ginger. Genau wie sie damals wünschte er sich nun, einfach während der Arbeit tot umzufallen, damit seine Leiden ein Ende hätten. Eines Tages wurde dieser Wunsch um einhaartraurige Wirklichkeit. Um 8 Uhr morgens hatte Beauty angefangen zu arbeiten und nach ein paar Stunden anstrengster Arbeit brachten sie schließlich einen Mann zum Bahnhof. Nachdem dieser ausgestiegen war, blieb sein Kutscher in der Hoffnung auf weitere Kundschaft am Bahnhof stehen. Nach kurzer Wartezeit kam eine vierköpfige Familie auf sie zu und bat darum, in die Stadt gefahren zu werden. Sie hatten schwere Gepäckstücke bei sich und während der Vater dem Kutscher half, den Wagen zu beladen, betrachtete seine kleine Tochter Black Beauty. Vater, sagte sie, ich glaube, dieses arme Pferd wird es nicht schaffen, uns alle und das schwere Gepäck zu ziehen. Schau doch nur, wie schwach und abgearbeitet es aussieht. Der Kutscher beruhigte sie. Er ist in Ordnung, kleines Vorlein. Er ist viel stärker, als er aussieht. Der Vater des kleinen Mädchens schien ebenfalls an Beautys Kraft zu zweifeln, aber sein Fuhrmann wollte ihm unbedingt beweisen, wozu das Pferd noch am Stande sein konnte und lud den Rest des Gepäcks auf. Die Sprungfedern des Wagens knackten schon, doch der Kutscher machte sich nichts daraus. Beauty hatte seit dem frühen Morgen weder eine Rast noch Futter bekommen, aber er versuchte, sein Bestes zu geben, und sie zogen los. Es ging zuerst auch zügig voran, doch dann erreichten sie einen steilen Hügel. Beauty war nun am Ende seiner Kraft. Seine Erschöpfung und die schwere Last, die er den Hügel hinaufziehen sollte, waren einfach zu viel für ihn. Angetrieben von Peitschenschlägen kämpfte er sich noch den Hügel hinauf, doch dann begann er wegzurutschen, fiel auf die Seite und die Kutsche kippte um. Beauty blieb reglos liegen. Er hatte keine Kraft mehr, sich zu rühren. Nun war wohl auch seine Todesstunde gekommen, dachte er sich. Um ihn herum herrschte großes Durcheinander. Laute, wütende Stimmen waren zu hören. Man entlud das Gepäck. Beauty erschien es fast wie ein Traum, als er plötzlich eine liebevolle Stimme sagen hörte. Oh, das arme Pferd! Es ist alles unsere Schuld. Jemand befreite Beauty von dem Zaumzeug und nahm ihm den Kragen ab. Der ist tot, der wird nie wieder aufstehen, sagte ein anderer. Ein Polizist erteilte Befehle, aber Beauty öffnete nicht einmal mehr seine Augen. Er stieß nur ab und zu einen kleinen Seufzer aus. Dann überschüttete jemand seinen Kopf mit kaltem Wasser und träufelte eine Flüssigkeit in seinen Maul. Schließlich warf man ihm eine Decke über, und so lag er für längere Zeit auf der kalten Straße. Nach einer Weile begann Beauty sich etwas besser zu fühlen. Ein freundlicher Herr tätschelte seinen Kopf und wollte ihn dazu ermuntern, aufzustehen. Nach mehreren Versuchen gelang es ihm schließlich. Am Abend war er immerhin so weit bekräftend, dass er in den Stall seines Besitzers zurückgebracht werden konnte. Am darauffolgenden Morgen kam Nicholas Skinner in den Stall, um sein Pferd anzusehen. »Der Gaul ist erledigt«, sagte er. »Man könnte ihm zwar ein halbes Jahr Ruhepause geben, dann wäre er wahrscheinlich wieder arbeitsfähig, aber ich habe weder die Zeit noch das Geld, um ein krankes Pferd gesund zu pflegen. Ich werde ihn zu einem möglichst günstigen Preis verkaufen.« Also gab Mr. Skinner Beauty einen zehntägigen Erholungsurlaub und fütterte ihn mit den besten Sachen, damit er auf den nächsten Pferdemarkt einen guten Eindruck machte. Former Thorogood und seine Enkel Auf der Pferdeversteigerung traf Black Beauty diesmal sehr viele alte, nutzlos gewordene Arbeitspferde. Einige von ihnen lahmten, hatten verkrüpelte Beine und sonstige Gebrechen. Es gab aber auch Pferde, für die ein Gnadenschuss sicher besser gewesen wäre, anstatt sie noch einmal zu verkaufen. Die Händler und Käufer machten oft keinen günstigeren Eindruck. Es waren überwiegend arme Leute, die für wenig Geld ein Pferd oder ein Pony zu ersteigern hofften. Viele sahen verhärmt und wenig vertrauenswürdig aus, Beauty sehnte sich jedoch nach einer freundlichen Stimme. Plötzlich kam ein Mann, der wie ein Farmer aussah, auf sie zu. Seine Schultern waren breit, er hatte ein gutmütiges Gesicht und trug einen breitkrempigen Hut. Ein kleiner Junge ging an seiner Hand. Als er Beauty entdeckte, bekam er leuchtende Augen. Beauty stellte die Ohren steif und sah ihn an. Dieses Pferd hier hat auch schon bessere Tage gesehen, Willy, sagte der Farmer zu dem Jungen. Er war sicher einmal ein stattliches Reitpferd. Er klopfte Beauty auf den Hals und der Junge streichelte seinen Nüstern. Als Zeichen der Zuneigung streckte Beauty seinen Kopf weit vor. Armer alter Kerl, schau Großvater, wie sehr er Freundlichkeit versteht. Wirst du ihn kaufen und so jung machen, wie du es bei Lady Bird getan hast, drängte ihn der Junge. Sein Großvater erklärte ihm Lady Bird, sei noch ein junges Pferd gewesen, als es zu ihm gekommen sei. Der Junge meinte, Beauty wäre doch noch gar nicht so alt, er sähe bloß so abgearbeitet und ruhebedürftig aus. Der Farmer lachte über seinen Enkel. Dann befühlte er Beautys geschwollene Beine, sah ihm in die Augen und untersuchte seine Nüstern. Alles in allem musste er dem Jungen jedoch Recht geben und er beschloss sich, Beauty zu kaufen. Für wenig Geld erstand er ihn und dann zogen die beiden mit ihrem neuen Pferd los. Der Farmer hieß Mr. Thorogood und überließ Beauty, der Obhut seines Enkels Willie. Dieser fütterte ihn jeden Abend mit frischem Heu und Hafer und morgens brachte er ihn auf die Weide. Willie verwöhnte ihn mit Moorrüben und verbrachte viel Zeit mit seinem neuen Pferd. Langsam ging es mit Beautys Gesundheit bergauf. Das Ende der Wanderschaft An einem Sommertag putzte und striegelte der Stallknecht Beauty mit besonderer Sorgfalt. Beauty ahnte, dass irgendein Ereignis bevorstand. Er wurde vor die Kutsche gespannt und Willie war ganz aufgeregt, als er mit seinem Großvater einstieg. »Wenn die beiden Damen ihn mögen, dann haben es alle gut getroffen«, sagte der alte Mann. Sie fuhren ein paar Meilen weit und hielten vor einem kleinen Haus mit gepflegtem Rasen und Obstbäumen davor. Willie sprang hinunter und lief zur Tür und läutete. Kurz darauf kamen drei ältere Damen heraus. Sie freuten sich, Beauty zu sehen, und eine von ihnen, Miss Ellen, ging sogleich auf ihn zu und streichelte seine Nüstern. Sie stellten Mr. Thorogood viele Fragen über ihr zukünftiges Pferd. Er berichtete ihnen von Beautys Genesung und dass sein Zustand inzwischen sehr gut sei. Alles, was er jetzt bräuchte, sei eine Menge Zuwendung und eine gute Behandlung. Die drei Damen beschlossen, Beauty eine Weile zur Probe bei sich zu behalten und zu sehen, wie er sich machte. Willie umarmte sein Pflegepferd noch einmal und sein Großvater klopfte ihm zum Abschied auf den Hals. Dann wurde Beauty in einen bequemen Stall geführt und bekam warmes Futter. Eine Weile später kam der Stallknecht herein und betrachtete den Neuankömmling. Ihm fiel auf, dass Beautys Beine vernarbt waren. Als er dann den Stern auf Beautys Stirn entdeckte, sagte er verwundert, »Diesen Stern habe ich doch schon einmal gesehen. Er ähnelt dem von Black Beauty damals in Birdwick Park. Auch die Größe könnte stimmen.« Dann fühlte er den Knoten an Beautys Hals, den dieser nach einem Adalas zurückbehalten hatte, und der Stallbursche sprach ungläubig zu sich selbst. »Weißer Stirnfleck, ein weißer Vorderhuf und dieser Knoten am Hals. Das musst doch du sein, Black Beauty. Beauty, mein guter Bistus. Kennst du mich noch? Ich bin Joe Green. Ich hätte dich früher einmal beinahe getötet, als ich vergaß, dich in jener kalten Nacht zuzudecken.« Joe Green war überglücklich, seinen alten Freund wiederzusehen. Er war jetzt ein erwachsener Mann und Black Beauty konnte sich nicht mehr an ihn erinnern. Aber er fühlte, dass er in Joe einen Freund gefunden hatte und zeigte es ihm mit vorgestreckten Nüstern. Nie zuvor hatte er einen so glücklichen Mann gesehen, wie Joe Green es war. Die drei Damen hatten sich entschlossen, Beauty zu behalten. Er wurde jeden Nachmittag ausgeführt. Miss Ellen und ihre Schwestern hatten ihn bald in ihr Herz geschlossen. Joe war der beste Stallknecht, den Beauty je gehabt hatte. Seine Kraft und sein frohes Gemüt kehrten bald zurück. Farmer Thorogood und sein Enkel Willie besuchten ihn oft. Die drei Damen hatten ihm versprochen, Beauty niemals zu verkaufen. Er brauchte von nun an nie wieder Angst, um seine Zukunft zu haben. Seine Leiden waren beendet. Und alles, was er sich manchmal wünschte, war, mit seinen alten Gefährten zusammen sein zu können. Ende Liken und Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.